Ja, ich komm ja gleich weg. Ich will jetzt mal ein paar Kills machen, dass die Leute auch mal ein bisschen was Schlachtmäßiges sind. Hier ist... Da unten smockt irgendwas. Jetzt. Smockt da. Keine Ahnung. Ich seh nix. Ich kann nur nach hinten gucken. Ja, ich weiß. Ich würde auch so fahren, dass du es wenn du ein Treffen achtest. Das ist so ne Dingsleuchte, die nach oben hin nur noch schwarz war. Das war ein Rauchssignal. Ja, Sache, ja. Aber nach oben nur noch schwarz war. Leuchtsignal. Rauchssignal. 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 Man setzt richtig Rauch. Was hast du jetzt geschossen, Foto? Oh, okay, ich hab mir guckt. Ich komm nicht hin. Ja, ich hab die Munition verworfen. Da, jetzt hab ich sie getroffen. Kannst du mal da? Ja, ich krieg ja Munition. So ist es ja nicht. Ja, aber ich hab daneben geworfen, die war wieder rausgefallen. Jetzt bleibt sie drin liegen. Was war das jetzt, Foto? Hier oben ist einer wieder auf der Mauer gewesen. Ja, auf der Mauer, wenn er die ganze Zeit rumhoppen. Ja, ich hab gemerkt, ich hab den Spion wieder gesehen. Da liegt eine Mine. Vor allem drin vorbei. Was, eine Mine? Eckenrösche? Ja. Ja. Und sie stirbt halt. Ja, da kommen wir jetzt nicht sinnvoll weiter. Aber die kommen da gleich raus durch die Öffnung. Ja, der stirbt. Ja, der stirbt uns. Sterben sie. Ja, dann schieß. Vor uns ist wieder einer da an der Wand. Schöner Abgang. Der war in der Mitte von meinem Fahrzeug übrigens drin gestanden. Also er war im Fahrzeug drinnen. Scheiß Planetser. Ja, also die Harriser, du kannst beim Harriser Leute nur mit den Reifen überfahren. Das heißt, wenn er genau in der Mitte steht und du drüber fährst, überlebt er. Ja. Das ist, das ist logisch. Das ist blöd. Das müssen sie uns jetzt schon mal patchen, weil das, das... So oft, du nimmst Anlauf, gibt's Vollgas, der's Vollküber überlebt. Dann so andere, die du nur so ganz leicht schleifst, sind tot. Die Oma! Das ist halt so, super. Das ist ein leichter Bullshit immer. Genau genommen will ich den Kampf. Wir will nicht. Bullshit. Scheiß direkt da. Ich hab wieder tot. Heute bin ich richtig mal wieder aufrichtig ein Lappen. Ja, hab den da erwischt. Und der nächste tot. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Ich bin echt schlecht, Alter. Oh mein Gott, ich bin nicht schlecht. Oh mein Gott, ich bin nicht schlecht. Nein, nicht. Ich bin doch schlechter. Sei beruhig. Guck dir ruhig. Aber das war ja nicht immer so. Oh, oh. Ah, heute hab ich wirklich alles. Hier. Deine Imperium, du bist jetzt keine andere Regierung. Hä? Hier. Mhm. Ja, aber wir können nicht hier cappen. Was? Der macht mein komplettes Schild weg mit zwei Schuss. Das ist alles hier gecappt. Ich hab's auch noch gecappt und dann nicht mehr. Mega geil. Was wollt ihr gecappen? Dann hat irgendwo in der Nachbarbereich auch jemand gecappt. Gekifft. Bestimmt, kiffen doch alle die Vanos. Oh, ich hab wieder Rotzty angetötet. Die arme Junge, ey. Links nehmen wir. Den jagen wir wirklich. Hinter dir. Ja, da. Was hinter mir? Was? Wo? Ach, du kriegst den Trend. Alter. Er hat vier Schüsse mir gegeben und ich bin tot, ey. Alter, 2,15. Alter, wie schlecht ich jetzt gerade wieder bin. Das ärgert mich jetzt gerade, ey. Und Cheggers quasi überrascht. Wir gehen rüber nach Iser Mountain Pass, ey. Ich hab keinen Bock mehr gegen Vanos. Die stinken hart nach Maggi heute. Ja, Anna auch. Deswegen krieg ich nichts geschissen. Ja, Cheggers schließen aber so nicht, glaub ich. Ja, lass ihr dann ne Runde zu Cheggers gehen und dann nochmal Harry ziehen. Eben, lass uns verteidigen. Jetzt gehen wir hier rüber zu Iser Mountain. Äh, Cheggers hab ich gesagt, nicht Iser. Ach so, hab Iser verstanden. Bist du hier lebt, ey. Ja, schau. Das ist meine letzte Aufnahme-Session. Stimmt, das war die, wo wir die letzte Aufnahme-Session so viel Blut vergossen haben. Was ist das hier? Nein. Das war Iser. Ja. Das war Iser. Ach so, scheiße. Jetzt kommt gleich ne Mossi. Oh mein Gott. Oh, das ist von Leuchten. Oh, die campen schon wieder bei Iser. Das ist ja furchtbar. Wir gehen ja nicht zu Iser. Ich weiß nicht, was sie an dieser Station haben, dass sie so immer so zugecampt ist. Ich weiß, ein bisschen campen ist ja okay, aber so dermaßen jedes Mal das Ding so zu spämen. Ja. Ist doch nicht normal. Ja, wir haben grad Cheggers Crossing verteidigt. Nur ein... Ein Kill mach ich nur. Nee, hinter mir, du hast halt Spion. Wir, diese Marlin Level 17 komplett gekaufte Tarnung und Waffen. Ja, wenn er zu viel Geld hat. Ja. Soll ich das machen? Ja. Vielleicht spielen so der wir echt nicht. Need reinforce an Iser. Was will er? Der stinkt, glaub ich, auch hart nach Magie. Was? Die wollen Eiser Verschärkung haben? Ja, ich verstehe. Alle hart nach Magie. Stehe ab. Thunfisch. Ah. Und noch eine Granate. Ah. Fuck, Alter. Ein Minze 4 gekillt. Das geht noch. Ehrlich ist ja noch fast. Was geht, Alter? Ich hoffe, es ist ja okay. Juhu, nächster Kill. Warum hast du mich aus dem Trupp geworfen? Weil du über 1000 Meter weg warst und die Namen dann nicht lest, sondern einfach nur okay. Das ist ja genial. Ja, ich kann auch nichts dafür, wenn du nicht hörst. Du hast ja hier nicht hin. Ja, ich komme ja gleich, weil ich will jetzt mal ein paar Kills machen, dass die Leute auch mal ein bisschen was Schlachtmäßiges sind. Hier ist gerade eine Schlacht deswegen. Ja, hier auch. Gegen Sivanus. Gegen Sivanus. Gegen Sivanus. Sivanus sind Magie. Magie ist scheiße. Aber hier ist doch nichts. Was habt ihr für eine Pop? 24... ...Gegner. Hier bei mir sind... ...6... ...äh, 48. Da ist ein bisschen mehr Power drin. Ich bin echt eklig. Hier seid eklig. Das ist ein Pederspieler oder was. Boah, das schreckt mich nicht so. Ja. Sorry. Der lässt sich einfach hinfängt, das Ballern, aber dann explodiert es hinter mir. Das war hässlich. Ich bin froh, dass ich da auf dich geschossen habe. Wärst du im nächsten Moment einmal da rausgelaufen und tot. So hat dich Maikos getötet, oder wie? Nein. Gott, habe ich schon wieder Futur entfernt. Digga, du wolltest herkommen. Achso, ja. Ich komme. Boah, schau dir auf die Namen, Alter, du Lappen, Alter. Schau dir nicht auf die Namen, Alter. Ich bin so schlecht, ey. Wenn ich gar nichts zu tun habe, dann klinge ich nicht auf die Namen. Dann klinge ich einfach auf P, drück auf alle roten entfernen und dann spiele ich wieder weiter. Oh, aber dann liegt Panzermädchen. Durch mich zu sterben. Einfach mal P gedrückt, ne? Die Pinkelpause. Doppel-P. Pinkelpause. Ja. Achso. Ja, Mann, weg die Sau. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Jawohl, komm. Die Ganganlage über Verstärkung. So, wo du darfst du dein Kampf. 96 plus Gegner. Jawohl! Jetzt bin ich wieder... Scheiß Planet Ice, komme ich nicht hin. Jetzt bin ich bei checkers first. Jetzt soll es so hinkommen, wenn ich da bin. ich glaube verloren da geht lieber zu eiser das ist lustiger mountain pass als ich sag jetzt noch zu sagen ich hab da gerade ein c4 kill gemacht drei stück benutzen die leute nicht die tunnel ja wollte ich gerade sagen und kacken müssen aber jetzt hier also wenn ihr wollt könnte hier schöne roadkills machen im hachige hier sagte nix mehr oder was gibt nichts zu sagen aber wir können jetzt eiser ausgeben das bringt uns nichts mehr keine anbildung mehr wort das inhalten